so herzlich willkommen zurück und wir noch an der stelle wo wir aufgehört haben wie sagt ich muss seit ein paar folgen ineinander machen und also wir machen jetzt weiter wir müssen leider hier durch ob das uns was hier so was bringt ist eine andere sache das ein schacht vielleicht finden da was nix okay eine statue sein kann alles nicht so schön aus dort dieser warm bar hier und die was anständig was sehen könnte wir das gesehen okay das habe ich mir schon gedacht so also da lang geht schon mal nicht und das wieder ausmachen geht eigentlich geht eigentlich ja ich lass es mal an ich muss nix machen hier gibt es den hammer und hier den hammer zum bären wir haben ein schloss ehrlich gesagt die achs wäre mir lieber war es mal hier hinten viele gänge ob wir irgendwie irgendwie heute rauskommen statuhammer ok da hinten ist nichts wieder so eine leiche jetzt noch nicht mal weiter er ist schon hier versteckt also paradiert ok ist nichts ja nichts hier was man vielleicht gebrauchen könnte ich bin karte also weg ok dann heißt es wieder den richtigen weg suchen aber dürfte eigentlich meistens immer nur ein weg sein kann ja keine anderen weg geben wir haben eine statue gefunden das ist mal sehr gut wie jetzt das monster lang du hast gefunden ich habe da jetzt nichts gesehen aber egal warum muss ich jetzt hier lang gehe da kommen wir zurück das ist der weg was man eben muss dann irgendwas geben gucken ob manche nein hier der weg da hinten ein bisschen sehr merkwürdig guck mal wenn er mal hier war nix definitiv nix hier verletzt mich selber ok alles klar ok da komme ich nicht durch ist hier hoch ja das geht nicht ok geht nicht eh hinten hat er nur die statue ne hier ist sonst nix weiter ok da müssen wir doch wieder zurück ok 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 sowohl sich hier um das angezeigt das verschlossen ist hier ist alles da gibt es ja eine karte hier muss es aber doch was geben habe ich wieder über irgendwas wieder übersehen ich bin schon das von denen jetzt kommt auch nicht weiter auch nichts okay also muss ich wieder irgendwas übersehen haben definitiv da muss ich denn das Vieh dann hin ja 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 Ist klar, in einen Schacht kommen wir gar nicht aus rein. Doch, irgendwas hier mehr sehen. Oh, hier nochmal. Hier ist auch nix. Ein Rechteckhoffer. Okay, alles klar. Okay, jetzt nix. Soll ich irgendwie hoch? Aber da hoch komme ich ja auch nicht. Hier sind sie im Fall runtergekommen. Da komme ich gar nicht erst rein. Guck, da komme ich gar nicht hier rein. Da hängt sich das vor. Da hängt. Ne, geht nicht. Wird er denn hier noch sein? Wie gesagt, ich habe alles gefunden eigentlich. Eigentlich. Äh, nicht was ich jetzt übersehe hier. Ja, das ist gesagt, weil ich es jetzt gerade nicht. Was ich übersehe. Oh, jetzt häng ich fest. Jetzt komme ich hier jetzt schon mal lang. Guck mal, aber die Kisten kann ich zerstören. Zerstören wir mal die ganzen Kisten. Da bin ich auch zerstören. Hier ist irgendwas. Nein, das geht nicht kaputt. Auch nicht kaputt. Da muss ich aber auch gucken, was wir alles kaputt machen. Das ist nervig, ne? Wenn ich weiterkomme. Hier sind noch ein paar Kisten. Okay, hier sind auch noch ein paar Kisten. Okay, die kann ich nicht zerstören. Hier. Hier sind Kisten. Hier ist ein bisschen sehr merkwürdig. Kommen ich mir gerade vor. Ich würde das schon nicht vor Ort machen. Hier ist auch so eine riesen Blahne. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Okay. Jetzt hatte ich dir mal alles geklärt. jetzt mal wieder ein kleines stück weiter jetzt auch lang eine statue mit uns nebel das geht durch weg du kannst von hier klar lag nix drin da kam mir gerade aber ich würde sagen dann sehen wir uns wie gesagt in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne ein däumchen oben könnt auch gerne kommentar da lassen wenn ihr ganz lieb seit das zu mir ein abo da und macht das ding klein klingel die glocke an und dann schön wenn ihr dabei seid auch bei meinem live streams wäre auch sehr schön da ist wenn ihr dabei seid und sagen immer uns in der nächsten folge ist dann ciao